Sommer. Es ist Sommer, es ist heiß. Neben mir sitzt Steffen. Und neben mir Luis. Prost, Luis. Prost, Steffen. Ja, liebe Hörer, ich muss jetzt kurz einen Schluck nehmen von einem Whisky, den wir nicht aussprechen können. Wir vermuten, man nennt ihn Clenlivet aus Schottland. Bevor wir weitermachen, das ist eine Metafolge. Es bedeutet, diese Folge hat keine eigene Nummer. Sie wird auch nicht auf Patreon aktiviert. Und es geht nur um uns selber, um Hausmeisterthemen. Die machen es auch kurz. Genau, denn wie ihr ja alle wisst, liebe Zeitreisenden, befinden wir uns gerade in der Sommerpause. Und zwar bis zum 19. August. Das ist der übernächste Samstag. Und wir dachten, es ist Zeit, euch Feedback zu geben. Was steht bei 400 an? Was hat sich geändert? Was wird vielleicht kommen? Vor allen Dingen, wir haben einen akuten Anlass, denn am nächsten Samstag, den 12.8. Heute ist Sonntag und in sechs Tagen haben wir ein Hörertreffen geplant. Und zwar nicht alleine, sondern in Kooperation mit Damals TM. Das heißt, jeder, der auch gerne mal Ajovo treffen möchte, kann dies tun. und dann auch noch mit dem Martin von Staatsbürgerkunde. Und ja, Tempelhofer Feld, das ist groß. Da treffen wir uns. Und wo werden wir uns treffen, Luis? Ja, das ist sehr groß. In einer perfekten Welt würde es eine Spur voller Bierflachen zum Treffpunkt geben. Oder ticken den Zeituhren. Nur leider ist diese Welt so, wie sie ist. Und daher geben wir einen Tag vorher die Koordinaten auf der Webseite und auf Twitter bekannt. Veto einen Tag vorher schaffen wir, glaube ich, nicht. Also ich würde sagen, kurz vor dem Anpfiff des Hörertreffens werden wir das auf der Webseite und auf Twitter veröffentlichen. Gut. Anpfiff haben wir die Uhrzeit schon gesagt. Der Anpfiff ist 15 bis 19 Uhr, ist erstmal der Plan. Genau. Dann, was machen wir auf diesem Hörertreffen? Ich trinke erstmal ein Bier. Ja. Wir werden einen Kasten Bier stellen. Ajovo, wenn der uns jetzt hört, der wird sagen, nein, kein Kasten, wir tragen keinen Kasten, nimmt Six Packs oder sowas. Es wird Bier geben von uns. Richtig. Ja, ich meine, ist auch egal wie, aber das wird... Es wird Bier geben von uns. Wir bringen mehr Bier mit, als wir selber trinken. Ja. Aber wir bringen auch nicht so viel mehr mit. Genau. Was wir nicht machen werden, ist so wie beim letzten Hörertreffen Grillen oder so. Da haben wir uns entgegen entschieden. Das ist zu viel logistischer Aufwand. Es wird also nur etwas zu trinken geben von uns. Und es wird noch was geben von uns, nämlich etwas geistigen Input. Und Eiersalat machen wir. Oh, Luis macht Eiersalat. Er macht auch Eiersalat. Das ist sogar für mich neu. Ich pappe gerade ein erstauntes Gesicht. Also, um es kurz zu machen, wir haben ein bisschen Bier über und Eiersalat. Und jeder bringt das mit, was er mitbringt. Sprich, wir machen dann auf dem Tempelhofer Feld einen lokalen Kommunismus, exklusive Klamotten auf dem Leibe und technische Geräte. Wahnsinn. Ja. Ich freue mich ja schon. Aber worauf ich mich auch freue, ist, dass der Stefan vom damals TM-Podcast und wir beide, Luis, du und ich, wir haben ein Experiment vor. Richtig. Wir versuchen, eine ganz kleine Folge live aufzunehmen. Und wir dachten uns, da wir ja schon mal auf dem Tempelhofer Feld sind, werden wir gucken und berichten über die Geschichte des Tempelhofer Feldes. Experiment. Weil wird windig. Wir wissen nicht, was passiert. Ja. Und ja, also das ist jetzt keine detaillierte Folge über die Geschichte. Das wird ja so ein Umriss werden. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich denke, ich habe so 20 Minuten angepeilt. Mal schauen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Also fassen wir es nochmal zusammen. Was? Hörertreffen. Wann? Am 12.8. zwischen 15 und 19 Uhr. Wo? GPS-Koordinaten werden bekannt gegeben auf der Seite oder Twitter Tempelhofer Feld. Wer? Du, ich, Ajuvo und Martin. Und jeder, der möchte. Und jeder, der möchte. Warum? Weil wir es können. Und wie, wie verhungert man nicht? Man bringt sich etwas für Essen mit und isst einen Eiersalat. Richtig. So, dann haben wir das erstmal geklärt, würde ich sagen. Wie du schon gesagt hast, wann ist unser Staffelstart, Steffen? Am 19.8., also denn der Samstag darauf wiederum. Und, ähm, dann, bevor wir das hier beenden, wir haben eine neue Webseite. Ja, da freue ich mich ja, da habe ich mich ja schon ewig und drei Tage darauf gefreut. Wir haben vor einiger Zeit uns mit jemandem besprochen. Der Hintergrund ist der, Steffen und ich, wir haben auch gemeinsam Abitur gemacht und ich war damals auf unserer Schule, auf der ich ging, wo wir Abitur gemacht haben, war ich super glücklich, weil da gab es weder Musik noch Kunstunterricht. Das wurde gar nicht erst angeboten und das war für mich ein super Pluspunkt, weil, also ich wollte schon nicht haben die Fächer und das ist die gar nicht, es gibt es ja super. Aber ja, ich fand das auch damals toll, dass es eben keine Kunst gab. Also ich mag Kunst und ich mag auch Musik, aber ich mag den Unterricht an den Schulen dazu nicht. Nee, das ist auch nicht mein Ding. Also ich kann keine Bilder malen und ich habe auch keinen Spaß daran, aber ich gucke mir gerne Bilder an. Und jetzt schließen wir den Bogen zu unserer Webseite. Die Bilder, die wir bis jetzt auf der Webseite machen, die hat Steffen designt. Ach, jetzt schiebst du mir den schwarzen Bild dazu. Wobei ich sehr froh war, dass er das gemacht hat, weil, also mein Ergebnis, mein Ergebnis, also ich fand das richtig gut, mein Ergebnis wäre um einige liegen drunter gewesen. Und wir haben uns aus diesem Grund eine kritische Selbstanalyse gestellt und uns dann externe Unterstützung geholt. Genau. Und diese externe Unterstützung war Melanie Hauke. Ja, danke schon mal an der Stelle. Genau, sie hat auch, also sie erstellt Logos. Die kennen das viel besser als wir. Ja, deutlich besser. Und das Ergebnis, das könnt ihr jetzt schon sehen. die Webseite ist jetzt online mit den neuen Logos, auch auf Twitter haben wir das schon umgestellt. Ihr müsstet dann bei euch im Player das Logo aktualisieren, damit ihr das im Player seht? Ja, also im Moment, wenn man jetzt diese Episode, diese Metafolge runterlädt, dann ja, dann hätte man schon das neue Logo, aber die alten, die alten Folgen, die haben ja noch das alte Logo. Aber muss man, also jetzt mal doofe Frage, also mein Player muss sich eigentlich immer sagen, dass er sich die neuen Logos zieht. Das hat er nicht automatisch gemacht. Das hängt von dem Player ab. Ich bin, ich kenne mich jetzt nicht mit deinem Player draus, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass ein Player sich nur das neue Logo nochmal lädt, wenn man ihn explizit darum bittet. Wenn nicht, Fragen an info-at-verhundert.de, dann helfen wir weiter. Ja, also ich denke, dass das neue Logo wird sicherlich gleich da sein. Und jetzt nochmal zum Abschluss, wann ist nochmal der Start der Winterstaffel? Am 19.8. Und wir haben uns viele, viele neue Sachen ausgedacht. Und zwar, wir haben glaube ich die meisten Änderungen in dieser Staffel, die wir jemals hatten, würde ich sagen. Ja, das, wollen wir gleich das erste Geheimnis schon mal verraten. Aber nur eins von denen. Nur eins von denen. Viele von euch werden sich ja schon gefragt haben, sag mal, was ist eigentlich mit Harald und Ludwig los? Wo sind die denn? Ja, und wir haben uns halt mit denen gestritten oder die haben sich mit uns gestritten. Und das Ergebnis ist der, dass wir eine kreative Pause brauchen. und ja, und Steffen zeigt mir übrigens gerade sein Telefon. Sein App ist das Logo schon da. Jedenfalls Harald und Ludwig und Steffen und Luis, das funktioniert nicht mehr. Da stimmt die Chemie nicht mehr. Und deswegen muss eine kreative Pause eingelegt werden und die beginnt jetzt ab dieser Herbststaffel. Ja, wir werden uns die nächste Zeit erstmal nicht mehr mit Klotwig und Harald befassen. Das kann auch sein, dass es sogar für immer so sein wird. Dafür kann ich schon mal verraten, um ein zweites Geheimnis zu verraten. Aber noch, es ist alles im gegenseitigen Einvernehmen, noch wurden keine Anwälte eingeschaltet. Dafür werden natürlich alte Bekannte dableiben, wie die altbekannte Busencreme. Und es wird auch Damenbärte geben. Ja, es wird auf jeden Fall mit Damenbärten beginnen. So viel können wir schon mal sagen. Keine Heiratung, Ludwig, aber dafür Damenbärte ist kein Ersatz, aber immerhin etwas. Ja, ich finde, darauf kann man sich doch freuen. Ich würde sagen, aber wir sind hier noch eine Sommerpause. Also ich habe jetzt, jetzt reicht es mir aber auch und ich möchte jetzt noch weiter bis Getränke gepflegt. Ja, das finde ich gut. Ich hole mir gleich ein Eis. Dann mach das. Lass uns nochmal anstoßen und damit die Metafolge beenden. Wir freuen uns auf euer Erscheinen am 12.8. diesen Samstag auf dem Tempelhofer Feld. Und wenn nicht, wieder im gleichen Kino. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Stefan. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55 339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch info etwa 100 100 die eine meh schreiben, aber 030 814 55 339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, Paypal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. 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 Zuhören.